Ihr seht, ich nehme ein bisschen Anlauf, nach oben werfen und ich lehne mich zurück. Ich kombiniere, ich habe Hoch, Doh, Kick, Hoch, Doh, Kick, Hoch, Doh, Kick. Ich bleibe die ganze Zeit zurückgelegt, deswegen fliegt mein Bein relativ weit nach oben. Mal von der Seite. Hoch, Doh, Kick, Hoch, Doh, Kick, Hoch, Doh, Kick, Hoch, Doh, Kick. Je nachdem wie weit ihr das Bein nach vorne stellt, habt ihr gar keinen richtigen Tap mehr, sondern nur noch so einen Tipp. Völlig in Ordnung, solange ihr euch hier hinten halten könnt. Nochmal aufrichten und zurücklehnen.